Die NBA-Prognose zur Eastern Conference. Was gibt es Neues im Osten, wenn die NBA am 19. Oktober in die neue Saison startet? Ja, der Osten ist ja stärker als der Westen, wahrscheinlich nicht, aber da gibt es natürlich auch das ein oder andere Team. Da lohnt sich ein genauerer Blick. Ganz genau und ich sehe den Westen tatsächlich in der Breite stärker, aber wer letztendlich um die Meisterschaft kämpft, das sind aus beiden Conferences vier, fünf Teams, die da faustig hinter den Ohren haben und der ein oder andere Trade kann ja auch noch wieder neue Bewegungen in die Saison bringen, wenn sie denn losgeht. Auf jeden Fall, Radek, haben wir hier die Celtics als Buchmacher-Favorit. Eine 3,9 gibt es jetzt, wenn man sagt, die Boston Celtics gewinnen die Regular Season. Bucks, Nets gleichauf mit der 4,33. 76er ist ein bisschen hinter, dann schon ordentlich Abstand zu den Heat und letztendlich Cavaliers, Hawks, Raptors. Da sieht man schon die Quoten deutlich anders wie im Westen, wo mehr Teams der Potenziale zugetraut wird. Mhm, aber das ist ja wie gesagt nur der Sieger im Osten. Wir haben ja schon ein Video über den Westen auch gemacht und da lohnt sich dann der Blick auf die, ja, vielleicht Gesamtquoten auch in dem Vergleich nochmal, wenn es darum geht, wer denn der Champion wird. Sind die Golden State Warriors hier als Titelverteidiger auch der Top-Favorit, aber nur ganz knapp. Was heißt ganz knapp? Eigentlich gleich mit den Milwaukee Bucks, die aber jetzt hier in der Regular Season gar nicht Favorit sind. Müssen sie auch nicht sein, denn am Ende kackt die Ente, wie du immer so schön sagst. Aber, ja, warum sind die Celtics stärker einzuschätzen, wenn denn die Bucks dann in der Gesamtwertung noch besser dastehen? Ja, weil ich glaube, die Bucks, dadurch, dass sie schon Meister geworden sind vor zwei Jahren, hat man schon gemerkt, die sehen die Regular Season nicht immer so voll zu 100 Prozent, während die Boston Celtics ein junges Team haben, das eigentlich in jedem Spiel hungrig rausgeht, das die Scoring-Last und die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt und sich jetzt auch noch bockstark verstärkt hat mit Malcolm Brogdon und Gallinari. Gallinari hat sich allerdings in der Europameisterschaft bei Italien verletzt, fällt also mindestens den Großteil der Saison aus. Und trotzdem gibt es da noch hier Blake Grifton, Noah Von Lee, Justin Jackson. So ein paar Spieler, die von den Namen her schon ein paar Minuten gönnen können. Und bei Milwaukee wird bestimmt das ein oder andere Spiel Antetokounmpo aussetzen. Pat Middleton, ja, das erklärt es eigentlich so ein bisschen. Jetzt hast du in der Western Conference ja ein bisschen beurteilt, wie du das siehst. Siehst du hier irgendwo eine Value-Situation, dass ein Team, das unter der bekannten 50-Sieg-Linie ist, vielleicht doch besser ist und jemand, der stark eingeschätzt wird, in der Saison schwächeln könnte? Also wenn ich jetzt diese Under-Over nehmen würde, dann würde ich sagen, 76ers sollten 51 Siege schaffen. Heat traue ich keine 50 Siege zu, Cavaliers traue ich 47 zu, Hawks wird es ums Arschlecken in irgendeine Richtung ausgehen. Und die Raptors, so gerne ich die mag, da muss wirklich viel Positives passieren. Die Entwicklung von Scott Barnes, Pascal Sierke, dass sie die 47 erreichen. Also ich glaube, die Liga ist so ausgeglichen und vor allem auch der Osten, dass sie sich gegenseitig sehr, sehr viele Siege wegnehmen. Und deshalb wird es für alle Teams relativ schwierig, da deutlich drüber zu performen. Und auch bei den Celtics muss man sagen, der Trainer muss der, aber nee, dazu sagen wir gleich ein bisschen mehr. Fangen wir einfach mal mit dem Tabellenkeller an. Die Detroit Pistons, Orlando Magic, Washington Wizards, da gibt es nicht großartig Positives zu erzählen. Detroit, klar, da kann jetzt der letztjährige Number-One-Pick Kate Cunningham vielleicht ein bisschen stärker spielen. Bei Orlando spielt ja der Franz Wagner, das deutsche Supertalent. Der wird sich hoffentlich auch gut entwickeln, aber genauso wie Washington Wizards mit ihrem verlängerten Franchise-Player Bradley Beal, den traue ich allen drei gar nichts zu. Und deshalb gehen wir gleich zu den nächsten drei Teams. Was machen eigentlich die Charlotte Hornets, die New York Knicks und die Indiana Pacers in dieser Saison besser oder schlechter als in der vergangenen Saison? Charlotte hat den Großteil der letzten Saison echt gut gespielt, aber dann gegen Ende leider abgekackt. Und da, glaube ich, machen sie dieses Jahr weiter. Die New York Knicks sind ein bisschen all-in gegangen mit Jalen Brunson, den sie extrem überbezahlen, der aber kein Spieler ist. Ein guter Spieler, der aber kein Spieler ist, der eine Franchise nach vorne bringen kann, zumindest alleine. Und ich glaube, die haben gehofft, dass sie Donovan Mitchell noch dazu holen können. Haben sie nicht geschafft. Deshalb sehe ich auch die Knicks im Mittelfeld maximal mit ein paar guten Spielen. Und die Pacers, die werden dieses Jahr auch nicht wirklich was reißen. Aber sie haben auf jeden Fall einen sehr, sehr interessanten Kader mit tradebarem Material, um junge Spieler zu holen, um ihre eigenen jungen Spieler zu entwickeln. Und sie wollen ja mit Halliburton so etwas erreichen wie in den 90er Jahren mit Reggie Miller. Ein absolutes Gesicht der Franchise aufbauen. Und vielleicht auch, weil ich hier den Ex-Math-Trainer, dessen Namen ich jetzt gerade nicht im Kopf habe, wie dumm, auch viel von ihm halte. Also von daher, Pacers, die sollte man für die nächsten Jahre im Blick haben, aber nicht in dieser Saison. Und wenig Chancen, was zu reißen, traust du auch den Raptors, den Hawks und den Bulls zu. Warum gefangen im Mittelfeld? Weil die viel zu gut sind, um irgendwo unten mitzuspielen und leider zu viele Herausforderungen haben, um wirklich vorn anzugreifen. Raptors, toll geführte Franchise, haben mit Scott Barnes sogar einen Spieler, der untouchable in potenziellen Trade-Gesprächen mit Brooklyn gewesen ist, um Kevin Durant, also so sehr schätzen die Raptors ihren Scott Barnes. Und sie haben wirklich einen tollen Trainer mit Nick Nurse. Sie haben spannende Spiele, aber es reicht halt nicht, da fehlt ein bisschen was. Und Atlanta, nachdem sie vor zwei Jahren noch ins Final gezogen sind, haben sich letztes Jahr nur gerade noch so für die Playoffs qualifiziert. Da fehlt mir aber auch irgendwie der nächste Schritt, also die stagnieren. Und die Chicago Bulls haben ein Problem, die sind so ein unglaublich gutes Offensivteam, aber nicht nur, dass einer der besten Defensivspieler weiterhin verletzt ist. Und jetzt eigentlich dann schon bald wird das über ein Jahr ausgefallen sein. Das ist natürlich Lonzo Ball. Und die sind in der Offensive so gut, wie sie schlecht in der Defensive sind. Das heißt, in der Regular Season, wo manche Teams einfach nicht 100% geben über den kompletten Zeitraum, werden sie mit Sicherheit gut sein. Aber sobald es ans Eingemachte geht, werden sie merken, das Team ist nicht Allround-mäßig defensiv gut genug aufgestellt. Und die zweiten Top 3 nennst du hier zuerst, weil dann machst du es spannend, kommen noch deine richtigen Top 3. Anscheinend traust du denen hier noch auch viel zu, aber es reicht nicht für die ersten Top 3. Genau, die Top 3 sind natürlich nach den Favoritenquoten der Buchmacher aufgestellt. Aber diese drei Teams haben alle das Potenzial und die Möglichkeit, auch Erster oder Zweiter oder Dritter zu werden. Fangen wir mal mit den Heat an, die ja einfach auch überragend geführt sind, einen sehr, sehr breiten, gut geführten Kader haben. Aber da fehlt es mir tatsächlich auch, um dann zur Meisterschaft zu greifen. Jimmy Butler ist sowas wie ein Superstar, dem die paar Prozent fehlen, um wirklich da zum Titel zu greifen, leider. Viel wird auch vielleicht davon abhängen, ob Victor Oladipo nochmal zu seiner Form der Pacers zurückkommt. Der hat ja nochmal in Miami unterschrieben. Dann haben wir die Brooklyn Nets, über die braucht man glaube ich nicht reden. Die waren letztes Jahr, selbst als sie sich als Tabellensiebter für die Playoffs qualifiziert haben, hatten sie immer noch die höchste, die niedrigste Quote, um die Meisterschaft zu gewinnen. Sprich, gelten allein schon wegen Durant, wegen Irving als Favorit. Jetzt muss man schauen, ob Ben Simmons da auch reinpasst, ob Steve Nash das Team unter Kontrolle hat. Aber Brooklyn muss man halt auf dem Zettel haben, weil sie den besten Kader haben, wenn man die Einzelspieler sieht. Aber bisher haben sie als Team nicht funktioniert. Und dann haben wir die Cleveland Cavaliers, die letztes Jahr schon wahnsinnig geil performt haben, verletzungsgeplagt sind. Sie haben aber jetzt einen Top-Trade gemacht. Sie haben Donovan Mitchell von Utah geholt. Und Donovan Mitchell war der Franchise-Player in Utah. Und jetzt bei Cleveland wird man herausfinden, ob er wirklich der Star ist, ob er diese Franchise zum nächsten Schritt bringen kann, oder ob er einfach nur ein super guter Spieler gewesen ist, um den das System der Jazz gebaut gewesen war. Und dazu haben sie nämlich auch noch Kevin Love als Ratterin-Leadership. Sie haben Mobley als wirklich Rookie of the Year, der super gespielt hat. Und sie haben natürlich Darius Garland, für den sie sich entschieden haben, weil Colin Sexton ist ja mit dem Finnish Marksman Lauren Makinen rübergewechselt, rübergetradet worden nach Utah. Also mal schauen. Cleveland traue ich sehr, sehr viel zu. Bin ich gespannt. Und jetzt haben wir gerade schon gespoilert, aber es ist ja keine Überraschung für Leute, die sich in der NBA ein bisschen ausgekannt haben, dass unter den Top-Drei, und wir haben sie eingangs schon gesehen, die Top-Quoten, die Celtics, die Bucks und die 76ers sind. Und wer von denen ist denn jetzt dein Favorit und warum? Ich fange einmal kurz mit Boston an. Da wird es halt spannend zu sehen sein. Da hat ja Imeo Duka, der Trainer der Celtics, der die so grandios ins Finale geführt hat. Und da war dann einfach der Akku vor allem von Tatum leer am Ende. Irgendwas mit Staff-Mitgliedern oder mit einer zumindest angefangen, sodass er suspendiert worden ist. Da sind so ein paar Sachen vorgefallen. Muss man schauen, inwieweit das Team darauf reagiert. Sie haben sich auf jeden Fall in der Offscenen hervorragend gestärkt. Sie hatten eigentlich keine nennenswerten Abgänge, aber die Zugänge haben es in sich. Also bin ich gespannt, auch wenn Gallery Neri auf jeden Fall so als Dreier-Veteran-Shooter denen fehlen wird. Die Bucks, die werden sicherlich in der Saison nicht 100% Gesicht zeigen, aber der Kader ist insgesamt so stark, dass es trotzdem dafür reicht, unter den Top-4 oder in den Top-3 zu sein. Man darf nicht vergessen, die sind letztes Jahr in den letzten Minuten, eigentlich erst in der zweiten Halbzeit, in Spiel 7 gegen Boston ausgeschieden. Und das, obwohl sie ohne Middleton gespielt haben. Chris Middleton, der auch All-Star letztendlich ist und auch ein wirklich sehr, sehr, sehr guter Spieler. Sie haben mit Joe Ingels einen Veteranen verpflichtet, der in Utah immer stark gespielt hat. Kommt jetzt von der Verletzung zurück, aber ansonsten ist der Kader auch gleich geblieben. Und dann haben wir die Philadelphia 76ers, die aus meiner Sicht letztes Jahr safe Miami geschlagen hätten, wenn Embiid sich nicht verletzt hätte. Und die haben sich jetzt auch wirklich verstärkt. Und zwar mit Melton und Harrell. Das sind zwei gute Spieler, die auch Energie bringen können. Und dann vor allem auch Daniel House, so ein nerviger Spieler, der mal hin und wieder einen Dreier treffen kann. Kennt halt James Harden schon aus der Zeit von Houston. Und sie haben PJ Tucker geholt. Und PJ Tucker gilt halt auch als einer, der vor allem Leadership bringt, der Härte bringt. Und das ist etwas, wo Embiid immer sagt, das fehlt dem Team. Er hätte immer lieber so mal einen Spieler gerne gehabt wie PJ Tucker. Und jetzt haben sie den auch wirklich geholt. Und dann hoffe ich einfach auch noch, dass James Harden nicht mehr ganz so schwach spielt wie im letzten Jahr. Also das war gar keine gute James-Hardensaison. Du hast irgendwie gesehen, der ist nicht ganz fit. Ich will nicht sagen, dass er übergewichtig ist. Wahrscheinlich war er es nicht und sieht nur so aus. Aber wenn James Harden noch ein bisschen Ehrgefühl hat und Embiid weiter da angreift, wo er gewesen ist und das System einfach noch ein bisschen besser läuft, dann sehe ich die 76ers in diesem Jahr auch mit den Neuverpflichtungen ganz vorne mitmischen. Und warum hast du jetzt dann das T-Shirt von den Bucks an? Weil ich keins von den 76ers habe. Und das, was ich von den Boston Celtics habe, ist mit Kyrie Irving. Das hat keinen Sinn gemacht. Achso. Okay. Und dann zu deinem Ranking, wie unschwer jetzt gerade rauszuhören war, schätzt du Philadelphia hier als stärkstes Team im Osten ein? Dahinter dann die Celtics und die Bucks und die anderen Top 3, deine zweiten Top 3, die du genannt hast. Von denen traust du da einem Team auch dann den ganz großen Coup zu, dass es dann auch sich den Championship-Titel holt? Oder gehst du ja dann insgesamt davon aus, dass die Golden State Warriors es erneut machen? Die sind ja bekannt dafür, dass sie gerne Serien starten, wenn sie den Meister werden. Das stimmt. Aber ich glaube, dieses Jahr wird der Meister wie vor zwei Jahren wieder aus dem Osten kommen. Und das Spannende ist, du hast hier wirklich vier Teams im Osten, die alle gleich hohe Quote haben aus meiner Sicht, dass sie gewinnen können. Also wird auf jeden Fall spannend, ob es Philadelphia, Osten, Milwaukee oder Brooklyn macht. Außenseiterchancen, höchstens die anderen Teams. Ich glaube, der Meister wird aus dem Osten kommen. Das ist nochmal ein schönes Schlusswort. Dann das war es mit der NBA-Prognose. Wir werden dich mit deinen NBA-Tipps immer sonntags dann sehen, wenn die NBA halt schon früher startet in die Spiele und auch hier in Europa dann im Fernsehen schön verfolgt werden können. Und dementsprechend für alle NBA-Fans, die noch nicht diesen Kanal abonniert haben, hier gibt es mit Abstand die besten NBA-Tipps. Solltet ihr deswegen nachholen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.